Ich hab... NICHT Wohne mal ein... Mein... Hi Lenny Autsch Ich geh schon wieder sterben Hahahaha 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 Nicht schon wieder so ein Knight Rider Verpiss dich Hahahaha Ist der nicht eigentlich voll ein Knight? Was? Ja ist mir doch egal Ist mir doch egal Voll ein Hurensohn Ey da ist noch ein vor ein Knight BAG Der hat mir... Dreieinhalb Herzen abgezogen Adrian jetzt klau' ich meine Rüstung Ah du hast auch meine Equip geklaut Also fick dich Boah Mistviecher Ey nicht mich hauen nicht mich hauen Wuhu Bin sonst so grad Sorry F to the last one Ich brauch irgendwas zu essen Warte komm her Come to me Come to me selgo Oh danke Topic Ich guck mal ob noch mehr fertig ist Hier sind noch ein paar Karotten Das reicht jetzt mal Das ist super Dankeschön Mein Freund drying Boah der regen ist echt nervig Der bleibt aber an die Monster sind echt nervig Die Monster sind ganz okay Ich finde die ganz chillig äh Eisen 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 ich tue mal eisen brennen aber ich bin jetzt mal wieder jungen verruf vier rosen linien da jetzt habe ich eigentlich meine ganze zombies auf mich ziehen kann ich den villager-zombie töten oder brauchen wir für irgendwas ne wir finden bestimmt noch einen villager drauf außerdem haben wir hobgoblins du wixter aber die brauchen irgendwelche komischen sachen dafür also hob und so goblin nugget braucht ihr eine jetzt brauche ich noch eine chest stunde sowieso für den anderen ist das ganz okay ja fast ne stunde ja was ist damit haben wir schon am aufnehmen naja ziehen wir mal sieben minuten ab fast ne stunde ein zombie verpiss dich verpiss dich du vor glas bei botanien mit den flaschen ist das auch geil ne wenn du flaschen machst flaschen ja flaschen also warum lenny warum nimmst du so viele öfen und verbrennst das gerade ich bin doch gerade daran machen dass wir das verdoppeln können wenn die baut immer scheiße das ist normal lenny hat redstone habe ich schon redstone habe ich 24 stück das eis und gold rausnehmen meinst du was der mod ich nutze dann was welche mod meintest du oder wie die welche ja was du da gerade machst der war schon gar nicht mehr wovon er gerade geredet hat weiß der auch nicht himmliger vogel habe ich die erlaubnis in euren kisten zu gucken ob da cotton drin ist cotton zieht ich habe keine das weiß ich guck rein bei mir hier sind barry hier sind noch ein paar normale seeds die könnte ich eigentlich anbauen da unten ne hier oben achta wie macht man denn mit cotton ich glaube 9 oh kommen die ganzen fucking zungen aber das wird noch ein spaß alles cocken ich bin ja mal gespannt wie lange das projekt diesmal gehen wird ich habe doch gesagt pack die bitte doch in die kiste rein oder ich zeig sie dir komm her komm mit hier ich habe ich habe Baking Bread kann ich einfach da rüber packen hier ne ich hab auch noch okay da musst du hier halt nen gang machen oder packst du da säuberlich hin ich bin eben ne blut blut mit dem blutalltag kannst du mystical red flower nö blut 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 ich habe nur eine karotte ist okay ja da ging eine tür auf und zu das war wtf mutter das war auch nicht übertrieben das wird so langsam tag und es regnet immer noch und ich hänge immer noch das war auch nicht das war auch nicht das war auch nicht Nein. Nein. Ja, zum Kinole, ehrlich. Gar nicht. Wir haben dann... Ich geh mal mehr Bier in Büsche holen. Ja, in Büsche. Du gehst einfach nur über so'n Berg, die da stehen direkt so 20 Stück oder so. Hm. Ach, ich schmeiß einfach alles rein. Kohle finde ich noch genug. Da kriegt man einen Companion Crew. Bauen. Ja. Generator. Autsch. Das Skelett. Okay, den Generator bräuchte keine Kohle richtig für. Nee, das ist ein Zombie. Wie? Oh fuck, wie kriegt man den? LOL. Hier ist Tiger Wood. Ja. Tiger Holz. Nein, das ist bestimmt so Tiger Woods-Anspielung. Von dem Golf-Spieler. Was? So, ich brauche... ...Wedstone... ...Kreisen habe ich... ...Wedstone habe ich... ...Dienstone brauche ich nicht... ...Cobblestone und Wood. Wood. Und... ...Wedstone. Oh, Ködel. Ist... Weg. Ich glaube, ich bin in naher Zukunft in der Lage, die Nahrungsversorgung für uns zu sichern. Ja? Ja. Ich habe 40 Bärenbüschen im Inventar. War es nicht so, dass Lenny das eigentlich machen wollte? Lenny ist behindert, der kann das nicht. Nee. Adrian ist das mit den Bären und Adrian hat mir ja alle Zehzweck genommen. Oh. Haben wir kein fertiges Eisen mehr? Äh, in meiner Kiste müsste noch Erd sein, das kannst du dir gerne nehmen. Ich brauche den... Dir das eigentlich mit dem Witz wieder so raus? Ne, ich brauche fertiges, wäre sinnvoll, wenn wir nicht... Ja, ne? Lenny, hast du schon irgendwas fertiges? Ich brauche nur eins. Da unten hingefallen. Ja, ich hab... Äh, ich nehme mir nur eins, ne, wie viel brauche ich denn? Egal, nimm da einfach alles. Ich brauche nur drei Stück. Ehhhhh... Pottato! Pottato? Pudim, bidim, bim, bim, büm, banz. Pottato banz? Pottato banz? Povau. Miao. Povows machen nicht Miau. Ne, dachte ich. Ach, ganz nice. Pist warken auch nicht miau. Nee, die machen auch nicht miau. Kameras, nehmen wir auf, wenn es so regnen? Nope. So, dass ich den Regen eh nicht so laut habe? das nächste was ich jetzt was ich jetzt mache das war ich nicht was machst du Hä? Will... Flash... Das war ich definitiv nicht. Das kann niemand beweisen, dass ich das war. Jaaa, hab jetzt irgendwo mit James Chaston. Es geht tief nicht. Es geht tief nicht. Aber richtig genitiv war das nicht. Weil wenn du die ganze Zeit ja am craften bist, dann nervt das irgendwann. Der war das richtig genozid nicht. Was für ein genozid? Leapstone. Ich weiß bestimmt nicht mehr was ein genozid ist. Nö. Völkermord. Es war klar, dass ihr Spazis was wisst. Lenni? Lenni? Hier. Dankeschön. Ja, bitte. Bei Dr. Wu redet er die ganze Zeit davon. Ja, so genozid. Hi, who is our cat? Na, who is our cat? Ich hab grad ne Fledermaus angegriffen im normale. Aber es liegt auch nur daran, dass es meistens Doppelfolgen sind. Das wird jede Folge etwas ausgelöscht. Man kriegt jetzt einen Warkenspaar, ne? Yo, den kannst du reparieren. Ich hab endlich so'n Baum gefunden, wo natürlich wieder so'ne Kiste und da war. Small step to a big world. Small step to a big world. Ja, cool. So, Kohle eins. Ja, du doch auch nicht. Zack. Ich hab generell keine Ahnung, wo Modpacks im Rand von Natur waren. Ernsthaft? Ja. Okay. Nein. Ich kenn mich schon ein bisschen mit Modpacks aus mit Mods, ne? So'n bisschen. Auch wenn seit ich das letzte Modpick gespielt hab so'ne heftige Zeit vergangen ist, dass ich einfach nix... Oh, da steht ein fetter Baum. Ähm. So übertrieben viel passiert ist, aber... Ja, doch ME. Finde ich viel schlimmer als... ME ist richtig schlimm geworden. Ja. Ja. Eine Tür? 364 war ja schon schlimm. Aber jetzt... Gibt keine Tür, schau doch eigentlich. Oh! Hier ist ein riesiger Rubberwood Baum. Potato... Chart OS. Bringt ihr das? Ah.